Exklusiv für Landhandel und Genossenschaften. Agrarmärkte im Blick, den besten Preis im Visier. Sie tragen Zielorte, Preise und Kalkulation ein. Ihr Vertrieb wählt Rohstoff und Termin und sieht sofort den Preis. Das Beste? Entfernung und Fracht werden automatisch ermittelt. Noch nie war Einkauf und Vermarktung so einfach. Agrarmarktcheck. Getreide, Raps und Mais optimal vermarkten.